zockermorde muss raus ich muss raus auftragen dann können wir gleich noch ein bisschen bacon so weiter geht das formen so was muss man gucken ich habe jetzt hier was weggenommen das läuft das nicht mehr und das verbindet dem wasser machen das am besten jetzt ich glaube ich das hier wirklich noch hier ein tiefer sondern von hier aus jetzt alles nicht mal bist du hast keinen hohen iq in wasser stellen bauen eine klappe ausprobiert wird noch gemacht ein wasserfall haben wir auch nicht ja was fange ich mit diesem schönen tag jetzt ja da kannst du noch mal ja ich habe jetzt auch so ein jagen auch eher gedacht dass ich wollte jetzt auch schon mal in die city oder in richtung city das alleine ja schon nicht immer so ganz so gefährlich schaffst du schon einer muss man fällt ja im plan jetzt aber ja so ein paar tiere würde ich ganz gerne killen und dann das wäre schon geil ja das wäre schon geil so armen muss gerade ein hirsch mit einem schuss in den arsch erschossen hast du jetzt rausgefunden oder ach so macht man das alles klar äh kannst du mir mal eine händelbar herstellen ja weißt du wie man jetzt waffen herstellt ich weiß es ja wie denn nehm dir mal ein waffenteil warte ich komme zumindest geht es mit dem teil ich probiere es gleich beim waffenteil aus bevor ich jetzt etwas falsches sage jo es geht alles klar die die du gelernt hast die waffe nimmst du jetzt ein waffenteil davon raus ja man da kommt hat ganz stark nur dem mal ja da klickst du auf das waffenteil an also das waffenteil kriegst du an sammel genau und dann kriegst du auf assemble dann kannst du es zusammensetzen warum haben die eigentlich das loot limit bei den federn nicht erhöht warum es ist aber noch 250 wo man andere sachen 1000 oder so auf das deckt ballern kann behindert aber sie auch nicht ich denke mal die haben das gemacht mit diesen assemble also mit diesen ganzen baukastensystem um die rezepte nicht so unübersichtlich werden zu lassen dass du da drei milliarden rezepte hast du hast du mal überall was eingeben muss sondern haben es ist ja also dafür haben es ja quasi vereinfacht weil du klickst das teil nur noch an klug guckst alles klar habe ich die sachen zusammen und gut wie gesagt ich wollte meine hände war wäre wäre ich wäre nice die zahl und ist die qualität oder das ist genau und wenn das jetzt gelb ist besser als orange ja ja hat ja auch eine höhere zahl ja und die zahl ist einfach nur noch in der qualitätsstufe dann einen feinen indikator dafür wenn du einen blau hast zum beispiel und du hast dann 423 ist ein item mit 450 was immer noch blau ist trotzdem noch besser als ein 423 item ich würde gerne mal so langsam ein paar bücher finden so ein paar nützliche da habe ich irgendwie noch fast gar nichts was Shotgun Receiver wollte ich noch Hab ich hier drinnen? Shotgun Receiver hier oben, links in der Ecke Alles klar Alter, alles klar Wollen wir mal bitte lieber die Handelbaum, bis in der Zeit Geht sofort los, Alter Das versprichst du auch schon seit 2 Stunden, oder? Alter, ohne Witz, ne? Einer mit Shotgun hier, gesagt Handlebar, Handle, Handlebar Ok, Leder brauche ich, Short Iron Pipes und Duct Tape Leder haben wir zumindest minimal ein bisschen was da, ja Duct Tape, Leder ist alles hier in der Kiste Leder, was ist noch? Duct Tape, Short Iron Pipes Short Iron Pipes ist hier in der Supply Kiste Ne, hab ich noch nicht reingepackt Leder, wo ist Leder? Hier drinnen, ja? Hier in der Ok Dann ist nicht los Leder Short Iron Pipes, gut Reicht das schon? Ja Ja Mach ich gerade Hört Hört, wie hier irgendwelche Zombies sind rumwundern Das ist eine Horde Das ist so mies, Alter Liegt hier drinnen, ne? Hört sich nach einer Horde an Reichen scheiß Links aufgehoben, Alter, TV Ah, der läuft da oben auf den Berg lang Kleiner siehst du da oben Und einen Hund, Alter, ich höre einen Hund Ich verpiss mich Häuser, der Köder Ja Keine Ahnung, Alter, ich hab nur gehört Ja, wir können übrigens von hier in Sicherheit schießen, ne? Komm mal hier zu mir Wir sind nach einer Seite Ich hoffe, der ist weg Scheiße Drecksköter Lass ja die Türen zu hier, Alter So, du hast gesagt, die hast du hergestellt Sehr schön Dann kann ich das mal machen Das ist schon wieder irgendwas hier rum Weg damit So Mühe So, dann kommen wir hier Ähh Was noch? Ich höre, ne? Ach, das sind Chainsaw Fuck, Alter Ja Das waren Chainsaw Ähh Parts ich gefunden habe Ja? Ja Über ärgerlich Ich ignoriere Ich ignoriere jetzt einfach mal die Zombies Klein Kackers Oh, der Durst Mal trinken Bisschen was Wie gesagt, das ist gerade auch Tee am Aufbrühen Läuft doch Oh, ich höre ihn, Alter Na ja, hast du auch, ja? Ja ja Oh, wir sind Holz reinlegen, Anna Den lock ich mal an Dorn ist er, in deinem Wasser, Alter Geht er bohren, oder was? Tot ist er Ja? War mal geschossen Ein Crossbow Bolt, Alter, ein Ende im Gelände da Die Kackmale Wie kann ich nochmal die Dinger teilen, hier? Die Hälfte Rechts klicken und dann ziehen You are wet Kann ich hier nicht looten? Oh, noch einer Kackmale, Alter Kackmale, Alter Hast ne? Hier fahren alle in ein Wasserloch rein Weil sie bohren wollen Ah, da kann ich mal ein Handicap mal ausprobieren Haha Wollen wir noch mehr Köter hier? Da ist noch einer Bitch, Alter Haha Haha Barsch Er haut mich Dana? Voll das verseuchte Wasser ist hier, Alter Super Ja, lass mich sterben Finde ich sehr nett von dir Oh, Alter Ja Ich will fahren und du klarkommst Es sind Hunde Und nicht, äh, Zombies Ne, also gut, Mann Ich hab ihn erledigt Nur für dich Das ist schön Ich trau mich nicht raus, sind Hunde Uuuuuh Ja, voller Minuten hier, Alter Uuuuuhu Das ist mein Maximum Links, Alter Weg Na, Alter Ich bin jetzt halt immer noch viel auf Soll ich schon von Anfang an verloren, mein Maximum Piek ich nichts Wasser Uuhuuu Bei euch kann ich den Krieg sehen, Alter Sterbe ich einfach nur Oh, hier sind diese Dinge Puff, Dinge Einfach sterben, würde man Ah, einer geht noch Na, 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 na So Nehmen wir auch hier rüber, ganz Wann ich behaupten? Hello, it's with me Jo, we're on the other side Ja, wir haben die so gekriegt Hallo Schnettet ja raus, ey Nö Aber nicht deine, deine künstlerische Einlage, Alter Das geht gar nicht klar Die bleibt, die bleibt Na gut Auf immer und ewig Auf immer und ewig im Internet Das glaubst du Ich werd dazu ein Bild reinschneiden Willst du keine Klicks mehr? Drachenlady Die Drachenlady Stimmt doch gar nicht Höllenengel, Mann Achja Gut, dass ihr euch da auskennt in der Materie Ich bin stolze für euch Hasja Er, den muss auch immer noch n schlauen Kommentar gehen, ne? Immer Ob der schlau ist Emma Dahingestellt Ah no ne Schoffel, Alter aber was denn was ist ein uhrzeit und zeit ich muss jetzt erst mal mein schatz wir haben hier gleich immer mythic raid mhm, wart du n Ding? na wir machen raids alter in 7 days total oder sowas mythisch, ne was hat sie immer gesagt? mystic, ne? mystic unsere pro gamerin uuuuh mysticus oh ne kann ich jetzt nicht mit euch reden, ne aufnehmen hirn ha就er am feld äähm bauen na log mal ein hier alter, wir brauchen nur ein paar farmbäuser nö, nö, nö nö, nö, nö nö, nö, nö! nö, nö! das ist ein Kindmädchenspiel tut mir leid arm schwein muss auch challenger werden, man kno, was kurz davor muhaal upload noch, oder was? ja, jetzt erst mal hier ääh anderes Spiel spiel von einem anderen Provider hier. Provider vor allem. Warte denn, was ist es denn? Ach, Hersteller, warte rum. Will ich keine Werbung machen, Mann? WoW, oder was? Ja, natürlich, WoW. Offenkundig. Offenkundig. World of Warcraft. Wer geht in den Film, wer geht in den Film? Ja, wer wohl, icke. Aha. Alle. Gucken werde ich mir auch, auch wenn ich WoW seit fünf Jahren so nicht angefasst hab. Waren wir jetzt Währung für Geld, dann? Ey, ich hoffe, da wird echt gut, Alter. Ich hoffe, unsere Taschen werden richtig voll, wenn wir hier gut darüber reden. Na, wollen wir davon reden? Ich schreibe mal Blizzard an. Und, äh, sagen, äh, hier. Die Marder hat 200 Abonnenten, Alter. Da muss ich diesen Porsche vorausspringen, Alter. Ein Let's Player, Alter. Na, ist doch egal, haben oder nicht haben. Könnt ihr mal wenigstens hier ein Geschenk rüberwachsen lassen, Mann? Na. Sag, ich brauche auch kein Geld sein. Ähm, ein Lebensabo für umsonst. Ach, speziell gehen wir um. Darf ich spielen? Darf ich spielen? So sehe ich das auch für dich. Wenn ich's umsonst hätte, ja, warum nicht? Ja, äh, mittlerweile ist es ja eigentlich, äh, umsonst. Kannst dir ja deine speziellen Gold kaufen. Aber ist richtig teuer, ne, Benni? Kostgrad, ne, sich umgold. Warum nicht? 90k? Mhm. Für einen Monat, oder was? Ah, da könnte ich 10 Monate spielen, was los. Ja, aber, aber, ja, aber, naja. Ich meine, das ist ja alles als Spiel. Das ist ja so, dass man da irgendwie, äh, Geld drin gesteckt hat, weißt du? Und wenn ich 90k habe, kann ich halt spielen. Das ist ja, naja, guck mal, also wenn ich mir ein Champion in dem anderen Spiel probiere. Wenn ich in dem anderen Spiel probiere. Kann man sich aber schön zurechtlügen, ne? Wenn man möchte. Ach, seh, mach ruhig. Was machst du denn? Wollen wir jetzt hier davon anfangen? Dann muss Benja anfangen zu schneiden. Hahaha. Dann wird zu heftig, Alter. So nach uns. Ich halt mein Maul. Ja, siehste, ich wusste das. Hahaha. Hahaha. So, da wir ja die roten, äh, Pflanzen eigentlich ziemlich heftig brauchen, dann werde ich das ja nicht in rot machen, ne? Das ist mein Feld. Dann werde ich das... ... in Holz einfach machen. Oh, ich sag, irgendwann wird schon kriegen irgendeine... Ey, Marder, mir reizt's, wenn du in dein Maul hältst. Hä? Also, Hedge. Das sieht doch ziemlich edel aus, ne? Wenn einfach der Kopf wegplatzt. Flup. Hahaha. Alter, ich brauch so mad zu einer. Ich übertreibe schon wieder komplett. Okay, Leute. Ich muss mal kurz afkaren. Ich hätt's grad geklopft. So, macht's gut. Ja. Bis später. Ja, ich bin ausweg. Ciao, ciao. Ciao. So, das war die... Ja, scheiße. Tschüss. Ja, ist schon ein Arsch hier zum Schluss, Alter. Schnau das einfach. Genau. So. Bye, bye. Dö, dö. Bis später. Bis später. Bis später.